Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht mal wieder in ein Nachbarland mit euch und mit uns. Und zwar fahren wir in das benachbarte Holland. Und unser Ziel ist heute die Region Brabant, Christoph. Es geht nach Brabant. Das ist eine der niederländischen Provinzen. Und wie immer, Christoph, möchte ich dich auch landestyplisch begrüßen und begrüße dich heute mit Gute Tag. Das war relativ einfach. Das verstehe sogar ich gut. Naja, also, es geht ins Nachbarland, nach Brabant, genauer gesagt Nord-Brabant. So, ich sehe viele, viele Fragezeichen wahrscheinlich bei euch. Ich muss zugeben, wir hätten es eigentlich auch nicht gewusst, wenn unser guter Kumpel nicht damals in Eindhoven studiert hätte. Denn Eindhoven, das sagt einem doch schon mal was, ist wirklich fast direkt an der Grenze. Duisburg, Fenlo, das kennt man so, da geht es los. Und da von Eindhoven Richtung Meer liegt auch eben diese Region Brabant, von der wir euch jetzt mal so aus erster Hand erzählen wollen. Das reimt sich auch. In der Tat. Und ja, war eine ganz tolle Erlebnisreise damals in diese Ecke. Und war eine klassische Reise von denen, wo man sagt, ja, wir machen jetzt hier einen Besuch. Und plötzlich sitzt man da in der Bahn und guckt sich die Region an. Das war wirklich damals super vorbereitet von unserem Kumpel. Und ja, wir konnten uns die ganze Ecke einmal anschauen. Und Christoph, noch mal kleiner Side-Effekt. Eindhoven, kommt man sonst auch gerne mal zum Fußball gucken hin. Das ist ja auch während der WM nicht ganz unwichtig. PSV spielt ja nicht Arjen Robben. Ich weiß es nicht. Hast du gerade WM gesagt oder bist du schon ein paar Jahre weiter wieder? EM, EM. Ich habe schwere Nudselhusten. Naja, gut. Also Eindhoven nehmen wir mal so als Ausgangspunkt. Und ja, das ist so die Designstadt. Aber du sagtest es eben bereits, es geht raus in die Natur. Und ihr könnt es einfach mal kombinieren. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was machen wir für ein langes Wochenende oder für ein Feiertag, der irgendwie gut liegt. Wenn ihr sagt, wir hätten gerne ein bisschen moderne Stadt und ein bisschen was zum Angucken. Museen, Design, kommen wir gleich drauf. Aber auch ein bisschen Natur und so ein bisschen was Historisches. Dann schaut euch das doch mal an. Oder besser, bleibt doch einfach dran hier. Denn wir erzählen jetzt einfach mal eine kleine Tour durch das Nordprabant. Und das ist übrigens auch die Heimatregion, Christoph. Ich muss dich jetzt mal hier künstlerisch abholen an der Stelle ausnahmsweise. Vom großen Vincent van Gogh. Soweit ist es schon. Vincent van Gogh, bekannter Podcaster. Aus dem späten 19. Jahrhundert. Fußballverein. Beim PSV Eindhoven gepodcastet. Damals ganz groß. Also ihr seht, es geht Kunst, Design. Ich würde sagen, es ist einfach ein großes Freilichtmuseum. Wenn wir die Städte uns gleich mal angucken. Das ist wirklich, als ob die Zeit gerade in den Altstädten so stehen geblieben ist. Deshalb wollen wir uns das mal gleich durchschauen. Aber bevor es in die Städte reingeht, muss man ja erstmal hinkommen. Transport vor Ort ist ja immer unsere Kategorie. Und ich sagte es eben bereits, ist schon relativ nah an der Grenze. Es geht schnell los. Also kommt man da auch mal schnell hin. Selbst wenn ihr sagt, Freitag Nachmittag. Ich habe heute Nachmittag frei. Ich will mal irgendwo hinfahren. Warum nicht? Einfach mal rüber düsen. Exakt. Und das ist eigentlich der perfekte Anlaufpunkt, wenn man, gerade wenn man im Westen des Landes natürlich wohnt, in Deutschland, ist man ratzfatz da. Da ist man schneller in Brabant als in Hannover, glaube ich, aus Duisburg. Und ja, dementsprechend bietet sich das natürlich an. Und für diejenigen, die ein bisschen längere Anreise haben, sprich, wo es sich nicht eben einmal ins Auto setzen ist, gibt es natürlich auch prima Zugverbindungen von Deutschland nach Eindhoven. Da könnt ihr mit dem Sparpreis Europa meist ganz fix hin. Mit der Deutschen Bahn in der Regel. Und ja, dann seid ihr da ganz erholt in Holland angekommen und könnt dann direkt vor Ort starten. Und Christoph, kleiner Tipp, könnt natürlich im Zug auch eure Fahrräder schon mitnehmen. Was, und das ist natürlich kein Geheimtipp in Holland, oder was natürlich in den Niederlanden, ja, was Pflicht ist. Also ohne Fahrrad in den Niederlanden ist ja, ist ja, ja, Quatsch. Ja, der große, der große Geheimtipp-Podcast hier heute. Das ist ja nicht gedacht, dass man Fahrrad fahren kann in Holland. Ja, das ist gut. Danke, Adrian, wirklich guter Tipp. Und sieh, du bist Profi-Reisender, mehr oder weniger. Nein, aber im Ernst, Rad könnt ihr mitnehmen im Zug, wenn ihr euch das vor Ort mietet. Also wirklich in jeder Stelle habt ihr da irgendwo in jedem kleinsten Dorf, würde ich fast sagen, gibt es da einen Mietshop, da für wenig Euros, tageweise, stundenweise. Könnt ihr euch da eure Fiezen, wie sie da ja heißen, nehmen und einfach durch die Gegend düsen. Wenn ihr ein Fahrrad habt, sei euch noch gesagt, es ist so eine Art, ja, wie nennt man das, Radknotensystem. Also ihr könnt da wunderbar verschiedene Radtouren machen, immer gut ausgeschildert. Ihr braucht euer Handy gar nicht, guckt also runter vom Handy, guckt lieber in die schöne Landschaft. Das geht da ebenfalls ganz gut tatsächlich. Und Christoph, du sagst es gerade ausgeschildert, ja, ihr erinnert euch ja vielleicht noch an unsere Taiwan-Folge, wo wir gesagt haben, das wahrscheinlich bestbeschildertste Land der Welt ist Taiwan gewesen. Ja, die Niederlande, beziehungsweise in dem Fall hier Brabant, kommt da sehr nah ran. Und ich merke das immer wieder, wenn ich da drüben bin, ja, Fahrradfahren ist einfach deutlich entspannter. Weil, ich gebe dir das Beispiel, Christoph, ich fahre jetzt gerade in Berlin, ja, zu diesen Sommertagen, die wir jetzt haben, fahre ich morgens, wenn ich ins Büro fahre, in die Brauerei, fahre ich, ja, so 35, 40 Minuten mit dem Fahrrad durch Berlin. Und danach bin ich nicht wegen des Fahrradfahrens, aber wegen meiner geistigen Herausforderungen da schweißgebadet, weil mich 47 LKWs fast überfahren hätten und angehubt haben und so weiter. Und weil ich tausendmal auf mein Handy gucken muss, wo ich abbiegen muss und so weiter. Und das ist eben in den Niederlanden ganz hervorragend geregelt und, ja, Brabant ist da eigentlich ein Muster für. Ihr kommt super leicht von A nach B, ihr braucht nicht aufs Navi gucken, alles ist gut ausgeschildert, ihr findet alles sehr, sehr gut und das macht Fahrrad wirklich dann zur Erholung und nicht zum von A nach B kommen, sondern ist eigentlich schon so ein wenig, Christoph, aus unserer Kategorie, der Weg ist das Ziel. Und, ja, vom Fahrradfahren können wir natürlich mittlerweile ein Lied singen, wer uns die letzten Wochen auf Instagram gefolgt ist. Von daher, ja, sehr, sehr schön. Das war Muskelkater. Ich habe noch zwei kleine Anmerkungen zum Thema Radweg. Du sagtest es eben bereits, Van Gogh, die ganze Region ist mit diesem wunderbaren Künstler verbunden. Und es gibt auch einen Van Gogh-Radweg. Ihr könnt also ein wenig auf seinen Spuren, ja, radeln tatsächlich. Er kommt ja aus der Region. Und dieser Radweg, der heißt ganz offiziell der Van Gogh-Rosegarde-Radweg. Rosegarde ist ein ganz bekannter Künstler, der den Radweg mal entworfen hat, zwischen Van Gogh Village, Nuenen und Eindhoven. Und dieser Radweg, der ist, glaube ich, über 400, weiß ich nicht, 430 Kilometer lang, führt durch die ganze Provinz Nord-Brabant immer hin und her. Ihr könnt natürlich auch kürzere Einheiten machen, wenn ihr jetzt nicht Tour de France-Fahrer seid oder wirklich für ein langes Wochenende mal machen wollt. Ist ebenfalls super ausgeschildert. Die Van Gogh-Route habt überall diese kleinen grünen Schilder da. Die führen euch da durch. Müsst ihr gar nicht groß was planen. Und zweiter Punkt, wenn ich nochmal zum Fahrradthema was sagen darf. Es lohnt sich vielleicht ein Nord-Brabant auch einfach mal eine Radtour nachts zu machen. Denn es gibt da extra Radwege, die wunderbar beleuchtet sind mit so tollen Lichteffekten. Ebenfalls so ein bisschen künstlerisch auf der Van Gogh-Radtour. Also ihr merkt schon, dieses mit dem Radfahren, das ist nicht immer nur so dahingesagt. Da drüben bei den Nachbarjungs und Mädels, das lohnt sich schon. Und die lassen sich richtig was einfallen, während du in Berlin immer um dein Leben kämpfst, mehr oder weniger auf der Radstraße da. Ja, in der Tat. Licht wäre auch noch was in Berlin. Das hat aber keiner da. Das ist für keinen Licht. Naja, gut. Und wenn ihr das Fahrradfahren überdrüssig seid, wie Christoph nach unserer Fahrradtour, nachdem wir über 300 Kilometer im Sattel saßen und bis heute immer noch leicht gebückt geht, dementsprechend gibt es natürlich auch die Möglichkeit, vieles zu Fuß zu machen. Es gibt ein Wanderknotensystem. Das heißt also, man kann dort super über Eck und über Kant wandern und die Dinge auch alle zu Fuß begehen. Und auch beim Thema Wandern grätsch ich dir schon wieder hier rein, wie beim Bayesway. Es gibt einen ganz bestimmten Sanderweg, einen ganz bestimmten Wanderweg. Die Zuida-Water-Linie. Das war ganz früher, hat man uns erklärt, mal Schutz vor Angriffen, so eine Art Wasserlinie, die von Bergen bis nach Grave verläuft. Und ihr könnt da einfach wandern an dieser Wasserlinie. Manchmal geht der Weg so ein bisschen runter, da habt ihr Wasser auf einmal so auf Kopfhöhe, kommt aber trotzdem trocken durch. Das kann sich also schon mal wirklich lohnen, wenn ihr mal wandern wollt. Und ist, glaube ich, ähnlich wie der Van Gogh-Radweg, auch so um die 300 Kilometer lang. Könnt ihr natürlich wieder verschiedene Etappen machen, auch von diesen Knotenpunkten, von denen Adern gerade sprach. Und so kommt er dann durch diese Festungsstädte, kommt er durch, schön durch die Natur. Also das ist ebenfalls nochmal so der Tipp, die Zuida-Water-Linie. Tja, und wenn ihr 300 Kilometer und Christoph in einem Satz vorkommt, dann muss irgendwo auch das Wort E-Motor stattfinden in dem Satz. Der ist auf jeden Fall, der auch beim Wandern mit drin ist. Der Einzige, der Wanderdoping betreibt, E-Wanderdoping. So, und jetzt versprochen, letzter Appendix zum Thema Wandern. Ja, wir haben ja eingangs erwähnt, die beste Kombimöglichkeit hier in Brabant aus Natur und Stadt. Neben dem Fakt, dass die Städte auch schon sehr grün sind, kann man natürlich auch noch raus in die Natur. Und ja, zum Beispiel nach Biesbosch, das ist in der Nähe von Breda. Und da lässt sich zum Beispiel herrlich kajaken. Man kann in der Natur übernachten und ja, hat einfach eine gute Zeit. Auch im Outdoor, wo wir gerade vom Thema Wandern oder zu Fuß gehen sprechen, das lässt sich natürlich auch hier prima verbinden. Aber Christoph, das ist es soweit zum Transport vor Ort. Schwenken wir doch mal über zum Thema Sicherheit. Da habe ich mich heute ganz besonders vorbereitet. Denn ihr könnt euch vorstellen, Brabant, Sicherheit ist super sicher. Das Einzige, was ihr natürlich dieser Tage wie immer beachten müsst, sind die aktuellen Einreisebedingungen unter dem Aspekt von Covid-19. Sprich, ja, informiert euch da vorher einmal, was gerade gilt. Ob doppelt geimpft reicht, ob frisch getestet reicht, ob PCR, ob Schnelltest, ob Genesen, was gibt es noch alles für Statis mittlerweile. Außerdem, ich habe gesagt, es gibt es Genesen, Christoph, es gibt es Genesen und eine Impfung. Es gilt als vollgeimpft teilweise, habe ich auch jetzt gehört. Aber naja, da macht euch vorher mal schlau. Und für den Bereich kulinarisch machen wir euch jetzt aber mal schlau, Christoph. Und erzähl doch mal, wie ist denn die Küche aus deiner Sicht in Brabant? Du siehst hier wieder den großen Quizzettel, den ich immer hier liegen habe, wenn ich einen Quiz für dich vorbereitet habe. Und zwar machen wir heute mal ein kulinarisches Quiz. Kann man natürlich auch zu Hause liebend gerne mitmachen. Ich sage euch jetzt mal, ja, drei Wörter mit A und ihr sagt mir mal, beziehungsweise du musst mir jetzt sagen, was das ist. Also pass mal, man kann sich vielleicht so ein bisschen, ja, erahnen, dass so die kulinarischen Highlights aus der Region, pass auf, Asperge. Was könnte das sein? Tja, also entweder ist es irgendwas in Aspik oder, ähm, ähm, keine Ahnung. Asperge, Asperge, Spargel. Da ist die Region schon mal bekannt. Das erste. Asperagus. Das erste A. So, zweite A könntest du wissen. Art Bay. Klingt jetzt nach Designhauptstadt Eindhoven, aber Art Bay, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist Erdbeere. Ja, richtig, ja, Art Bay. Auch ebenfalls sehr bekannt an der Region. Und das letzte, das ist so ein Gnadenpunkt, den ich hier für dich habe, auf meinem kleinen Tätelchen, Anchovies. Ja, das war Fische, kleine Fische oder nicht, oder? Das ist so. Richtig. Aber das ist so dreimal A, das Kulinarische, könnt ihr schon mal merken. Also Asperge, Art Bay, Anchovies. Ja, siehst du, die werden euch je nach Jahreszeit natürlich immer dabei begegnen einfach. Das wäre ein super Eissort, oder? So Spargel, Erdbeer, Fisch. Das wäre so ein richtig leckeres, so ein Sommereis. Schreib auf, schlagen wir vor. Die Jungs von Ben & Jerry's, macht euch schon mal bereit. Da kommen noch ein paar alte Kekse rein und dann geht das los. Und ansonsten natürlich, ja, Holland ist immer auch schon, auch wenn es so wirklich nur ein paar Kilometer über die Grenze ist, immer schon was Kulinarisches. Bosche-Boll ist gerade für Schokoladenfans interessant. Wenn wir nochmal Richtung Fisch gehen, in Nordprabant liegt die einzige holländische Kaviarzucht. Also wer mal wirklich königlichen Kaviar essen will, ist ebenfalls da richtig. Also ihr könnt euch da schon gut durchfuttern. Und es ist trotz dieser geringen, oder gerade dieser geringen Entfernung schon mal deutlich was anderes. So, und wenn ihr euch mal richtig was gönnen wollt, dann empfehlen wir euch an der Stelle schon mal die Korte Putztraat. Das ist quasi, ja, die kulinarische Meile in Hertogenbosch. Und, ja, da könnt ihr euch dann es so richtig gut gehen lassen. Christoph, das Einzige, was da schwerfällt aus Erfahrung, wo geht man hin, welches Rangsrestaurant geht man? Macht's nicht wie wir, wettet nicht darauf, dass ihr euch intrinsisch richtig entscheidet. Wenn ihr euch ein bisschen vorbereitet, könnt ihr da wirklich genau auf den Punkt das essen, was für euch das Richtige ist. Ja, wir haben damals ein bisschen Kaviar bekommen. Christoph ist ja bekanntlich kein großer Fischesser, aber den konnten wir dann mit Bosche-Boll, konnten wir ihn vollstopfen. Mit Schokolade bis oben hin. Da sah hinterher aus, dass er ein weißes T-Shirt angehabt, Christoph. Wie so ein Schokobrunnen hast du ausgespielt. Aufmerksame Zuhörer dieses Podcast wissen, Adrian hat ja mal eine Zeit lang im Tierfutterbereich gearbeitet. Und ganz besonders spannend war da für ihn die Tierfutterfabrik oder beziehungsweise die ehemalige Tierfutterfabrik in Wegel. Also ganz modern auch unter diesen Getreidetrichtern könnt ihr da verschiedene Geschmackserlebnisse haben. Das ist auch nochmal so ein Tipp, nicht nur für Menschen, die mal im Tierfutterbereich gearbeitet haben. Grüße an Adrian oder die einen Hund zu Hause haben. Ja, du musst jetzt nochmal richtig ausführen. Also es ist eine ehemalige Tierfutterfabrik, in der jetzt mittlerweile Menschen bedient werden. Es ist einfach nur ein Riesenflair von so einer ganz alten Fabriklandschaft. Man sitzt da quasi dann in so einem Industriescharm und kann es sich aber gut gehen lassen. Und es wird einem natürlich menschliches Essen dann bis an den Tisch gebracht, Christoph. Und von daher, ja, hast du recht, es hat sich ein bisschen, ein bisschen, wobei als wir da waren, wusste ich noch gar nicht, dass ich zukünftig mal bei einem Tierfutterhersteller arbeiten würde. Von daher, ja, vielleicht war das dann die Vorsehung, da hat sich der Kreis dann im Nachgang geschlossen. Who knows? Und jetzt kommen wir doch einfach mal zu den Sehenswürdigkeiten. Wir haben vorhin schon mal gesagt, es wird heute eine Kombination zwischen Stadt und Natur. Wenn ich sage Stadt, es ist Mittelalter-Flair in diesen ganzen Festungsstädten, aber eben auch die Design-Hauptstadt in den Eindhoven. Deshalb wollen wir jetzt eine kleine, ja, virtuelle Tour von Eindhoven an die Küste machen. Was schon mal wichtig ist, je nachdem, wie lange ihr da seid, langes Wochenende oder auch mal eine Woche ist gut. Alle Orte untereinander sind super schnell zu erreichen. Also teilweise 20 Minuten, 15 Minuten. Das geht ratzfatz und ihr könnt halt viele verschiedene Orte in eurer Tour mitnehmen. Das ist, ja, der Vorteil dieser kleinen Fläche dann. Also, Christoph, das E-Bike für sich entdeckt hat, alle der Distanz nur noch halb so lang, ne? Das geht immer zack, zack, zack. Früher B-Fan, Holzminden, 5 Kilometer, da musste man, ja, einen Tag vorher loslaufen quasi, dass du irgendwann ankamst. Naja, naja. Aber Christoph, du sagst es richtigerweise. Die Kombination Stadt und Natur und dieses Durchreisen durch die Städte halt auch mit dem Fahrrad ist halt echt super. Man kann da, ja, sich einiges nacheinander angucken. Und, ja, fangen wir doch mal mit der ersten Stadt an und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir haben es damals immer nur Zoom genannt und zwar ist das die Stadt Bergen ob Zoom. Ja, also schreibt man Z-O-O-M und dementsprechend liest es sich wie das jetzt erst berühmt gewordene Computerprogramm Zoom. Das heißt also, die Stadt Bergen ob Zoom gab es schon vorher. Die Frage Henne oder Ei ist damit geklärt und es ist quasi eine Stadt am Wasser. Und zwar liegt das an der Binnenschelde und man kann dort super entlang flanieren. Und das erinnert ein bisschen an Lübeck, Christoph, wenn man das so aus der bekannten deutschen Welt ein bisschen vergleichen will. Und zwar gibt es da das Livre-Ru-Virreport, sag ich hoffentlich richtig. Das musste ich mir in der Tat aufschreiben. Ich sage jetzt mal, es ist das kleine Holstentor. Bergen ob Zoom ist eine der ältesten Städte Niederlande tatsächlich. Also eine richtige Perle da im Brabanter Süden, habt ihr verschiedene Attribute, also kleine schmale Straßen, alte Plätze, tolle Geschichte. Das sagten wir eben, wenn man sagt, okay, Zeitreise, Freilichtmuseum, das geht hier ganz besonders gut. Und diese Kulisse, die ihr da habt, wird dann kombiniert mit Kneipen, Terrassen, Restaurants. Da könnt ihr dann also auch abends wirklich nochmal schön Zeit verbringen. Das macht also wirklich Spaß, wenn man ein wenig zurück ins Mittelalter reisen möchte. Und Kernanlaufpunkt hierbei ist übrigens der Markizenhof. Das ist quasi das Stadtschloss und da könnt ihr dann nochmal, ja, mittelalterliche Gebäude euch anschauen. Früher mal Ritterburg gesagt, aber nein, es ist keine Ritterburg. Ja, wunderwunderschön und zum Schlendern lädt sie ein. Und natürlich klasse dann auch, wenn man dann abends das alles super illuminiert. Ja, das ist auch nochmal eine Sache, die in den ganzen Städten dort in Brabant sehr gut gemacht ist. Also Lichteinsatz kommt dort, ja, wirklich gut zur Geltung. Und das sorgt dafür, dass man mittlerweile wahrscheinlich mit modernen Fotografiegeräten, aka Telefonen, dort super Fotos machen kann. Früher, ja, im Dunkeln fotografieren. Ihr wisst es vielleicht alle da draußen noch, war immer ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn wir damals mit unseren alten Sony Ericssons da hingefahren sind. Ja, Christoph, was war noch die wilden, die Walkman-Handys? Ich habe hier noch stehen, die Peper-Bus. So, klingt jetzt irgendwie nach Transport vor Ort. Peper-Bus? Hm, nee. Das ist aber ein Kirchturm. Also, wenn ihr von oben die Stadt anschauen wollt, klettert doch einfach mal auf die Peper-Bus. Geht ein paar Stufen hoch, bestimmt 200 oder mehr, wie viele das auch waren. Und habt dann eine tolle Aussicht. Schaut mal, wie die Öffnungszeiten gerade sind. Gerade, wenn die Sonne untergeht über dieser Stadt. Das lohnt sich schon. Stufen hoch, ein bisschen Sport machen noch. So ist das in der Tat, Christoph. Und wenn wir jetzt weiterfahren von Bergen-Obsum nach Breda. Und hier nehme ich den Mund wahrscheinlich nicht zu voll, wenn ich sage, wahrscheinlich das schönste Stadtzentrum der gesamten Niederlande. Es ist wahnsinnig schön. Es erinnert ein ganz klein bisschen für mich als Hamburger ganz mühe an Stade. Was auch eine wundervolle Innenstadt hat. Also, es ist viel Wasser dort, es gibt Kanäle. Und es ist einfach sehr prachtvoll, aber gleichzeitig auch sehr eng. Es ist zusammengebaut und dadurch fahren natürlich sehr, sehr wenig Autos in den Innenstädten. Und das macht es generell in den Niederlanden sehr, sehr schön. Und Breda ist da wirklich ein herausstechendes Merkmal, dass diese Städte eigentlich nie für Autos gebaut worden sind. Und dadurch bis heute auch sehr wenig Autos drin rumfahren. Man kann sich frei bewegen. Die Häuser sehen noch so aus wie vor 200 oder 300 Jahren. Und damit entstehen ganz, ganz tolle innerstädtische, ich nenne es jetzt mal Atmosphären. Und wie gesagt, Breda ist da vielleicht das Prunkstück der Niederlande. Wirkt auf den ersten Blick immer ein wenig altmodisch, Breda. Ist es aber gar nicht. Denn wenn ihr da reingeht in die Stadt, habt ihr erstmal diese wunderbare Kirche. Kirche unserer lieben Frau. Die könnt ihr besichtigen. Das lohnt sich alleine schon. Aber auch ja die ganzen anderen Plätze. Überall stehen kleine Straßencafés. Könnt ihr da überall hinsetzen. Ein bisschen ein paar Leute beobachten. Das lohnt sich schon. Aber auch eben diese Krachten. Lasst euch vom ersten Blick, wo ihr sagt, na wirklich sehr altertümlich hier. Das macht aber auch gerade den Reiz aus in Breda, wie ich finde. Exakt. Und ja, wenn ihr hier und da mal am Wasser sitzen wollt. Und Christoph beim Lesen einer Tageszeitung und Trinken eines kleinen Espressos. Dann findet ihr ihn an den kleinen Kanälen dort. Ja, und an den Krachten in Breda. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen angeben. Also nicht wir, sondern die Stadt, die jetzt kommt. Jetzt gehen wir nach Sertogenbosch. Und zwar wurde die jetzt schon im vierten Jahr in Folge zur gastfreundlichsten Stadt in den Niederlanden gekürt. Das habe ich eben noch gefunden im Internet. Und ja, macht irgendwie Sinn. Also ganz sympathisch. Es ist ebenfalls sehr labyrinthartig aufgebaut. Kleine, schmale, mittelalterliche Straßen, Gässchen. Also da am besten Fahrrad irgendwo am Rand parken und dadurch zu Fuß durchlaufen, würde ich mal sagen. Oder auch vom kleinen Boot aus. Ich kann ja immer mal sagen, dass du nie zum gastfreundlichsten Mitglied unseres Freundeskreises gewählt bist. Moment mal. Moment mal. Naja, doch, vielleicht doch. Vielleicht hast du da doch eine Chance drauf auf den Titel. Möglicherweise doch. Hier übrigens unbedingt, wenn ihr da in den Gassen unterwegs seid, den Bosche Bowl, diesen Schokoladenball, von dem wir vorhin schon sprachen. Und unbedingt hier probieren irgendwo ein Straßencafé. Ich würde mal fast garantieren, in jedem Straßencafé gibt es diesen zum besagten Espresso oder zum Cappuccino und gibt es einfach diesen Schokoladenball dazu. Und berichtet uns doch mal, was euer Rekord ist. Wenn ihr hinfahrt, wie viele Bosche Bowls ihr schafft. Ja, also es wird mich interessieren. Ich werde dann irgendwann nochmal meine Zahl veröffentlichen, wenn die essen. Aber man kann da schon gut reinhauen. Das geht so ähnlich wie bei Quarkinis, Christoph. Für auch Rekordhalter hier in dieser Stelle. Ja, da esse ich mal in Amerika. Wo die anderen Hotdogs essen, da esse ich Quarkbärchen. Aber das gehört hier nicht hin. Das ist ein anderes Thema. Absoluter Welttournee-Tipp für diese Stadt ist natürlich eine kleine Bootstour. Eine Kanaltour unterhalb der Mauern. Ihr fahrt also an dieser labyrinthartigen Stadt, teilweise unterdurch an den Mauern vorbei. Das auf jeden Fall mal machen. Nehmt euch da wirklich mal eine Tour oder einen Führer. Und dann paddelt ihr oder fahrt auch motorisiert durch die kleinen Kanäle. Das ist so unser, ja, der Welttournee-Tipp für diese Stadt. Exakt. Und wenn ihr mit Christoph unterwegs seid, dann könnt ihr nochmal anstiften. So ein wenig wie so ein Gondoliere. Da mit so einem, ja, mit so einem kleinen Stöckchen da die Kanus durch die Straßen zu schieben. Solange ich nicht singen muss, ist das kein Problem. Ja, wir haben gebeten, dass du das nicht machst. Das war jetzt wirklich dann so eine kleine Bitte, das nicht zu machen. Naja, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man da machen kann. Und die hört schon raus, es ist eigentlich überall Wasser. Ja, das zieht sich durch die ganzen Städte. Und Christoph, das tut mir jetzt fast schon weh, dass ich dich darauf hinweisen muss. Aber das Thema moderne Kunst, ja, das zieht sich ebenfalls durch die ganze Region. Wir hatten vorhin schon von Van Gogh gesprochen. Ja, der hat sich ähnlich lange Zeit gelassen wie du bei der Sache. Der hat nämlich auch alles in den letzten zehn Jahren seines Lebens gemacht, was er so gemacht hat. Christoph, weiß nicht, ob du es wusstest. Ja, du Kunstbanause des heutigen Tages zumindest. Und ja, in Hertogenbosch gibt es zum Beispiel das nördliche Guggenheim Museum, wo ich mal wieder draußen stand und Christoph drin war. Deshalb, wo wir gerade beim Thema Design und Kunst sind, können wir doch einfach mal weitergehen. Und zwar ganz zum Schluss machen wir natürlich auch noch Eindhoven. Denn wenn ihr jetzt aus diesem Mittelalter steht mit den Labyrinthen und Kanälen kommt und dann auf einmal ein Eindhoven aufschlagt, ist das irgendwie ja ganz was anderes. Denn Eindhoven hat so eine ganz bestimmte futuristische Architektur. Wie kann man das beschreiben? Also überall stehen irgendwelche Gebäude, ich sehe das immer so ein bisschen wie Expo 2000 damals in Hannover, die waren auch immer sehr experimentell die Gebäude, sehr futuristisch, aber hat alles was mit Design zu tun. Ist aber jetzt wirklich was völlig anderes, wenn ihr gerade aus dem Mittelalter kommt, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja, ist absolut das Gegenteil und es ist halt alles auf der Straße. Also man kann vieles von außen betrachten und es lädt einfach dazu ein, auch mal wirklich so einen Kunstspaziergang zu machen an den einzelnen Gebäuden vorbei, um halt auch einfach mal Architektur zu erleben, Christoph. Und zu meiner eigenen Ehrenrettung muss ich ja sagen, dass mich Architektur im Verhältnis zu Museen sehr, sehr doll interessiert. Und dementsprechend war das auch für mich ganz toll, da auch gerade mal im Dunkeln durchzugehen. Wenn gerade dann noch zum Beispiel das Glow Festival ist, das ist im Herbst, das haben wir leider verpasst damals, aber das wurde uns von allen Seiten empfohlen. Und Entschuldigung, ich muss noch ein dranhängen. Solltet ihr es im November nicht nach Eindhoven schaffen, beziehungsweise geschafft haben, gibt es auch noch die Dutch Design Week im Oktober. Ist international vielleicht eines der bekanntesten Events in der Stadt. Und ja, da lässt sich auch noch mal einiges bei erleben. Und ja, ansonsten, ich glaube, es ist ja schon rausgekommen, insgesamt Eindhoven, Stadt des Lichts. Da gibt es auch noch den Strieb S. Das ist quasi so ein bisschen die kreative Hochburg und das ehemalige Gelände des Elektro-Giganten Philips. Und da gibt es heute Kunst, Design, Streetart, hippe Restaurants. Ja, eigentlich alles, Christoph, was du cool findest. Trendige Läden, städtische Grünanlagen. Ja, und andauernd Veranstaltungen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Das muss man natürlich noch mal dazu sagen. Ja, Eindhoven, Stadt des Lichts. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Illumination ist überall in den Städten Brabanz richtig, richtig gut. Und es ist noch so eins meiner kleinen Ziele, Eindhoven dann wirklich mal beim Glow-Festival zu sehen. Und ja, dies alles noch mal wirklich dann in speziell ausgeleuchteter Form im Dunkeln zu sehen. Und Christoph ja vielleicht mit so einer kleinen Nachtfahrradtour verbunden, die du vorhin schon erwähnt hast. Das stimmt. Da ja gerade überall das Thema UFO ist, natürlich gibt es auch das Evoluren. Das ist ja wirklich wie ein UFO. Also wenn ihr mal UFOs sehen wollt, das sieht zumindest so aus als Gebäude. The Blob könnt ihr euch noch anschauen ebenfalls. Und wo du gerade so schön von der Nacht und der Dunkelheit gesprochen hast. Stratum ist Eind, natürlich am Abend, der absolute Treffpunkt in Eindhoven. Hier können wir auch wieder die Brücke schließen, grüßen unseren Kumpel, der da studiert hat. Und ich glaube, die meiste Zeit seine Studiums da in dieser Nachtleben-Bar-Straße, würde ich es fast nennen, verbracht hat. Das also macht die ganze Sache ein bisschen rund. Wenn ihr dann abends kaputt seid vom Laufen, sitzt euch da in eine schöne Bar, trinkt euer Brewdog oder was auch immer es für Bier da drüben gibt. An dieser Stelle ist das so ein bisschen der Abschluss dieser Tour. Ja, in der Tat. Und es bleibt nochmal eine kleine Anekdote, Christoph. Du weißt ja, unser Kumpel, der dort war und hat auch viel damit mit unbekannten Flugobjekten gemacht. Der ist jetzt mittlerweile wie ein Rapper. Heißt jetzt UFO361. Hat sich das Evoluren sehr zu Herzen genommen. Hat sich das Evoluren zu Herzen genommen. Hat sich gleich danach benannt. Von daher, vielleicht der eine oder andere kennt ihn. Ja, macht heute gute Musik und leuchtet im Herzen natürlich ganz gerne. Wir sind euch natürlich noch den Insta-Boyfriend-Spot, schuldig. Wir haben eben im Off im Vorfeld ein wenig diskutiert, was wir nehmen. Wir hätten erst gedacht, wirklich dieses Evoluren und dieses Blob, das ist zu einfach. Wenn wir schon mal so einen wunderbaren Künstler vor Ort haben. Ich rede jetzt nicht von Adrian, sondern ich rede tatsächlich von Van Gogh. Schaut euch doch mal wirklich die Museen an, die ihm gewidmet sind. Teilweise hängen da echte Gemälde, dass ihr euch das mal anschaut, auch für Kunst nicht interessiert. Adrian verdreht schon wieder ein wenig die Augen, nämlich hier. Das lohnt sich schon. Es hat wirklich schon seinen Reiz. Man sollte es einfach mal gesehen haben und man kann sagen, man hat mal ein echtes Gemälde vom guten Herrn Goch gesehen. Ja, ich habe hier zwei Bilder von Salvador Dali hängen bei mir im Zimmer. Aber ich glaube, nur eins ist echt. Wenn du mal Badwuchs bekommst, dann können wir nochmal drüber reden. Dann machen wir das nochmal weiter. Ja, Christoph, du hast recht. Jetzt haben wir so ein bisschen die Tour durch. Wir sind so ein ganz klein wenig, kann man vielleicht noch sagen, über Tilburg hinweg. Aber das wollen wir natürlich gar nicht vergessen. Denn auch in Tilburg kann man wahnsinnig viel erleben. Es sei mal ein bisschen erwähnt, zum Beispiel die Kirmes in Tilburg. Und für uns Festivalliebhaber, sag ich jetzt mal, gibt es ganz in der Nähe, in Beeksebergen, das ist nur ein Steinwurf entfernt von Tilburg, gibt es das Best Cap Secret Festival, das wir euch an der Stelle auch nochmal ganz, ganz warm ans Herz legen können. Wenn ihr die Chance habt, vorbeizuschauen, fahrt doch gerne mal vorbei. Und ja, habt auch da einen schönen Festivalsommerabend oder zwei, drei Tage, je nachdem, wie ihr Lust habt. Und ja, ansonsten gibt es auch noch eine sehr hippe und trendige Szene. Zum Beispiel das Centre Pompidou, hört sich französisch an, ist auch so ein wenig angehaucht in Tilburg. Und ja, zusammen mit dem Piushafen kann man da gute Zeit verbringen, kleine Gassen, Vintage-Shops, Tipps-Boutiquen für diejenigen unter euch, die einkaufen wollen. Das ist alles im Dwal-Gebiet. Und ja, da könnt ihr euch so ganz, ganz frech austoben, Christoph, wie ich sagen würde. Und ja, dann ist das auch nochmal immer eine Reise wert nach Tilburg. Insgesamt ist, glaube ich, so aus unserer Erfahrung dort, aus unserer kleinen Erlebnistour, ja klar geworden, was man so in Brabant erleben kann. Und ja, für mich ist es nach wie vor, ist Eindhoven wirklich eine der, der unterschätztesten Städte, in denen ich jemals war, weil man es einfach wirklich nicht auf der Uhr hat. Und man kann dort einfach eine wahnsinnig gute Zeit haben, viel erleben. Und diese Konstellation wirklich aus, ja, aus Natur, aus Tagestour mit dem Fahrrad, hin und her. Und ja, da ein bisschen die, die Gegend erkunden, ist einfach wahnsinnig schön, wahnsinnig entspannt, weil man eben mit dem Fahrrad eigentlich die Priorität eins hat. Das, was bei uns in Deutschland die Autos sind, sind da die Fahrräder. Man hat immer Vorfahrt. Und ja, kommt dann ganz entspannt von A nach B. Ich fasse diese Region jetzt noch einmal zusammen. Wir hatten gesagt, wirklich ganz nah dran. Wer jetzt wirklich im Ruhrgebiet und im Westen lebt, der kennt das wahrscheinlich. Es lohnt sich, wenn ihr das jetzt gehört habt, auch wirklich mal für ein langes Wochenende oder für eine Woche hinzufahren. Als Kurztrip könnte wirklich einen schönen, auch als Zwischenstopp, wenn ihr in der Richtung mehr unterwegs seid, ist das ebenfalls möglich. Haltet gerne einen Eindhoven an. Lasst euch mal von dieser modernen Designkunst überraschen. Und ansonsten taucht er mal ab ins Mittelalter, wie gesagt. Könnte das Ganze mit dem Fahrrad machen, aber auch wandern. Und natürlich ganz zum Schluss, ich weise schon wieder darauf hin, auf diesen wunderbaren Künstler Van Gogh. Das ist ebenfalls eine wunderbare Möglichkeit, den mal, ich will nicht sagen live, aber doch in Farbe zu sehen. Ja, das stimmt. Live wäre natürlich auch was, da musst du das UFO ganz schön weit fliegen, bis du da wieder bei Van Gogh ankommst. Ja, aber Christoph. Wir rufen beim E-Volume. Ja, ja, genau. Ich fahre mit dem DeLorean vor. Wir werden uns dann treffen, da gucken wir mal an. Ja, hoffen wir mal, dass uns der Blitz rechtzeitig trifft, dass wir wieder zurückkommen, pünktlich zur zweiten Halbzeit irgendwie dann vom EM-Spiel oder was. Von daher, na ja, na ja. Gut, das ist es soweit gewesen, glaube ich, Christoph. Mir bleibt noch zu sagen, kleiner Hinweis, wenn ihr noch mehr sehen wollt, wenn ihr noch mehr Tipps braucht, die offizielle Seite der Region ist www.visit-brabant.com.de. Bei Facebook findet ihr noch mehr Informationen auch unter www.visit-brabant.com.de. Genauso auf Instagram. Schaut da mal nach, dann könnt ihr noch ein paar Bilder sehen von dem, was wir gerade erzählt haben. Auch bei uns auf unserem Instagram-Kanal www.welt-tournee oder auf unserer Website www.welt-tournee.de werdet ihr natürlich das ein oder andere auch von uns finden können zum Thema Brabant und was es alles dann nochmal in bebilderter Weise zu erleben gibt. Und ja, ansonsten, Christoph, würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und wenn ihr gerade mit durch seid, empfehlt es doch mal euren Freunden und Bekannten und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr auch kommende Woche wieder reinhört und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Cheers. Prost und bis kommende Woche. Macht's gut. Ciao.